Hallo, mein Name ist Johann Kiebler. Meine Frau und ich bekommen endlich unser Traumhaus. Jetzt wird es Zeit, die richtige Stiege auszusuchen. Zum Glück ist unser Baumeister sehr erfahren und empfiehlt uns die Experten von Liebstiege, einem Qualitätsprodukt der Liebbau Weiz. Und kurz darauf sitzen wir schon im Büro von Liebstiege und gehen mit dem Fachberater unsere Stiegenwünsche durch. Bei zehn verschiedenen Stiegentypen und unzähligen Varianten in Bezug auf die verwendeten Materialien, Hölzer und Veredelungen ist fachkundige Beratung einfach Gold wert. Am Computer und in 3D entsteht ein erster Eindruck unserer Stiegenanlage. Dadurch sind noch im Vorfeld Änderungen möglich. Hat man sich erstmal entschieden, geht es ans Vermessen. Lasermesstechnik und erfahrenes Personal garantieren eine passgenaue Abnahme. Jetzt wird unsere Treppe in der modernen Produktion gefertigt und die Mitarbeiter führen eine exakte Qualitätskontrolle durch. Kurze Zeit später wird die fertige Stiege auch schon fachgerecht montiert. Genau so haben wir uns unsere Traumstiege immer vorgestellt. Perfekt! Noch auf der Suche nach Ihrer individuellen Wunschstiege? Die Profis von Liebstiege beraten Sie gerne. Nähmen Wasser